Nach der Firma Steinway wurden mehrere Straßen und Orte in Manhattan und den New Yorker Vororten benannt. Auch ein wichtiger U-Bahn-Tunnel zwischen Queens und Manhattan trägt den Namen des Klavierproduzenten. Im Jahr 1885 begann eine Gruppe von Investoren mit den Planungsarbeiten für einen neuen Eisenbahntunnel, der nördlich von Long Island City in Queens beginnen und nach Manhattan führen sollte. Er sollte die Eisenbahnlinie Long Island Railroad mit den New York Central und Hudson River Railroads verbinden. Finanzielle Hilfe holten die Investoren von William Steinway ein, der damals bereits ein wichtiger Geschäftsmann und Entscheidungsträger in der Baubranche war. Steinway besaß ein riesiges Grundstück in Long Island City, sowie die Pferdebahn Steinway & Hunters Point Railroad. Er interessierte sich sehr für die neuen Möglichkeiten, die die elektrische Infrastruktur und Triebmotoren im Eisenbahnbetrieb mit sich bringen würden. Deshalb bestand er auch darauf, dass im Tunnel elektrische Leitungen gelegt werden. Kurz nach Beginn der Bauarbeiten im Jahr 1892 fielen fünf Arbeiter einer Dynamitenexplosion zum Opfer. 20 weitere wurden beim Tunnelbau verletzt. Kontinuierliche auftretende Probleme sowie die Börsenpanik legten die Arbeiten im Jahr 1893 lahm. Bis zu Steinways Tod im Jahr 1896 wurden wenige Versuche unternommen, um die Bauarbeiten fortzusetzen. Im Jahr 1902 übernahm ein Vertrauter der Familie Steinway der Investor August Belmont Jr. die Leitung jener Steinway-Firmen, die sich mit dem Eisenbahn- und Tunnelbau beschäftigten. Er brachte neuen Schwungen das Tunnelprojekt. So wurden die Bauarbeiten wieder aufgenommen. Nachdem der Tunnel zwischen 1907 und 1915 nur in unregelmäßigen Abständen in Betrieb stand, kaufte ihn die Stadt New York und restaurierte ihn langsam. Heutzutage verkehrt hier die U-Bahn-Linie 7 zwischen Queens und Manhattan. Der Steinway-Tunnel ging als erster New Yorker Unterwassertunnel in die Geschichte ein. Der Steinway-Tunnel ging als erster New Yorker Unterwassertunnel in die Geschichte ein.